Wir müssen nochmal, also ich zumindest würde sagen, wirklich danke für die, die sich da aufräufeln und Tag und Nacht da sind. Man kann das gar nicht genug wertschätzen. Und ich finde, da ist ein Applaus vom Balkon viel zu wenig. Die sind wirklich systemrelevant. Die Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer, die Feuerwehrleute, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger und die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt mit uns auf die Bühne gekommen sind, die Höhner und Karat und viele andere. Und Tänzerinnen auch. Alles mit ein bisschen Abstand in diesem Jahr, außer den Menschen, die sowieso in einer Blase miteinander leben. Und jetzt sind es wirklich nur noch wenige Sekunden, nämlich eine Minute und 20 Sekunden. Und um Mitternacht werden wir hier ein ganz spezielles Lichtspektakel erleben an Brandenburger Tor. Wir werden es sehen wie nie zuvor. Wir werden Ludwig van Beethoven hören. Vielleicht kann man das an der Stelle auch nochmal sagen. Ja, es wäre das Jubiläumsjahr viel größer geplant gewesen zum 250. Geburtstag. Und lass uns ein paar Dank zu sagen, die ZDF, dass wir tatsächlich diese Show unter besonderen Umständen gemacht haben. Ich freue mich. Danke dir, Andrea. Danke allen, die hier mitgemacht haben. Natürlich geht es nach 0 Uhr munter und sehr stimmungsvoll auch live hier in Berlin weiter. Und jetzt kommt gleich der Countdown dieses außergewöhnlichen Jahres. Ja. Winken wir perfekt hinterher. Weg. Weg damit. Und möge das Neue besser, gesünder und lebensfroher sein. Der Mond ist rausgekommen. Deutschland macht sich bereit. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt kommt das Neue besser, gesünder und lebensfroher sein. Und jetzt kommt das Neue besser, gesünder und lebensfroher sein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020